Wellendorf Bei Hannover 18.8.2.3 Was ist neu hier? Neu dazugekommen, hier gibt es eine Wohnzeit Becker Hier ist erstmal Krankenwagen Links ist eine gute Zeit Aber heute ist Sonntag Nichts Können wir unbehellig durchfahren Obwohl alles in Ordnung ist hier Da drücken wir noch schön Wir haben heute eine gute Zeit Darf ich es nicht So Gefahren Am besten doch Links Einmal rein Richtung Hannover Mal ein bisschen angucken Obwohl wir weit weg von Hannover leben Dann haben wir das in der Zeitung gelesen Dass da die Kirchengangen gesteckt werden In Hannover gab es Sorry Wobei ich das noch erinnern kann Und das hat uns auch geschränkt Und dann haben wir ja auch noch gelesen Wir haben das in Ägypten In Ägypten da sogar 40 Kirchen brennen In Ägypten Und das sind Die Kirchen von Kopten Und da waren da hauptsächlich Muslime die das eingesteckt haben Und protestiert haben Und das ist nicht schön Das war schön das Rollen für dich Und wir haben das mit Beschränken Zum Kenntnis genommen Dass da gegen die Kirchen was wir machen will Und dann habe ich auch gehört Weil das aus dem Ja Das ist so weit er geht Und so wird es wirklich schön Und dann haben wir auch noch mal hin Dafür eigentlich ergehen Das ist aber weinlich Was da schon brennt Und was noch nicht brennt Alles klar Bis dann Und Tschüss